Esst, trinkt, amüsiert euch! Bitte kommt wieder mit neuen Geschichten von euren Abenteuern! Auf die Plätze! Fertig! Los! Zeppelin kommt! 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 Okay. Lass hören. Okay. Für die Lord-Admiralin. 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 hat mir fast ein wolf das bein abgerissen endstation weiter bringe ich euch nicht viel glück festländer wenn ihr getter habt solltet ihr besser hoffen dass sie euch hier bei stehen die 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 Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. geehrter metzger zwirbler bitte entschuldigt die verspätung der letzten schweine lieferung eine alte dame an der straße hat mir etwas grünzeug für meine schweine gegeben aber ich befürchte damit stimmte etwas nicht meine schweine verhalten sich seither ungewöhnlich aggressiv ich hatte schwierigkeiten sie für den transport zusammen zu treiben ich werde ende dieser woche noch einmal versuchen sie zu liefern ja 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 Nein, ich weiß nicht, wen du zum Narren halten willst, aber ich weiß sehr wohl, dass du dich ins Vorgebirge schleichst, wenn du denkst, ich schlafe. Was immer du auch treibst, wehe, es hat etwas mit dieser verrückten Schrulle im Wald zu tun. Sie ist gefährlich, aber nicht halb so gefährlich wie ich, wenn ich herausfinde, dass du etwas im Schilde führst. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Was ist das für ein Fluch? Ich verwette meine letzte Fackel, dass diese alte Schachtel was damit zu tun hat. Was ist das für ein Fluch? 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.